Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Driembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Wie ihr gerade vor kurzem in meinem Video mitbekommen habt, läuft ab Montag den 22.04. vier Wochen lang der neue Contest. Wer schafft innerhalb von 30 Sekunden die meisten korrekten Klimmzüge? Wie in der Beschreibung, ich möchte den ganzen Körper sehen, von den Füßen bis zum Kopf. Das Kinn muss über der Stange sein, ihr dürft natürlich gerne mit Magnesium arbeiten, mit Handschuhen arbeiten, damit habe ich kein Problem. Aber es müssen korrekte Klimmzüge sein, bis zum Kinn über die Stange innerhalb von 30 Sekunden. Diese Clips werden zu mir eingeschickt auf meine Adresse, andreas.persontrainer-karlsruhe.de Ich werde die Clips natürlich dann auch bei YouTube und in meiner Facebook-Seite online stellen. Und derjenige, der die meisten korrekten Klimmzüge, wie in meinem Clip gezeigt, absolviert, der bekommt 250 Euro Einkaufsgutschein für meinen Webshop atletik-sports-food.de Namensergänzung von Peak, von Frey, von Body Attack, von Eder Health Audition, von Vida. Ja, also, ich habe innerhalb von 30 Sekunden 20 geschafft, auf der Fibo, auf der Fitnessmesse, korrekt ausgeführte, zeigt mir, was ihr könnt. Und ihr habt 250 Euro Subs. Auf dem Titelblatt seht ihr den letzten Gewinner des Fahrstuhl-Contests. Der hat den Fahrstuhl-Contest gewonnen und der hat sich 250 Euro Subs aus meinem Webshop ergattert. Das war's, Andreas Rienbacher, Personrainer aus Karlsruhe. Meine Klimmzüge, mach du sie nach.